Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Deponia! So, ich war jetzt, äh, ich muss gestehen, ich, äh, wir sind ja an den letzten Folgen viel, viel, viel rumgeeidelt, ne, und hatten nicht wirklich einen Plan. Ich hab jetzt einfach mal wirklich nur eine, diese eine Passage, äh, gegoogelt, wie es weitergeht, bevor wir da nämlich ewig rumrätseln. Ähm, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, aber anders ging's halt nicht. Ihr könnt mich jetzt hassen, ihr könnt mich jetzt disliken und deabonnieren, aber es ging nicht anders. Ne, äh, warte, Moment, äh, wir müssen erstmal, also auch, und zwar folgendermaßen, da wär ich im Leben nie drauf gekommen. Siehst du das? Das ist, ähm, so, und jetzt wieder ein nach oben. Jetzt wird nämlich diese Luke da offen. Und jetzt... Achso, wir können ja doppelt klicken. Das beschleunigt das Ganze nämlich jetzt auch etwas. So, und jetzt können wir dann nämlich hochklettern. Und uns den Dietrich nehmen. Yay! Super! Es wird auch Zeit. Äh, und jetzt verwenden wir den Dietrich. Ich weiß nicht, ob... Ich hab keine Ahnung, ich weiß jetzt echt nicht mehr weiter, ob wir den mehrfach verwenden können oder nicht. Ich hoffe, es ist natürlich. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösser... Ja. Was? Nicht einmal damit? Ist das überhaupt ein richtiger Dietrich? Äh, was? Okay. Ja, aber jetzt dann versuchen wir jetzt mal die Medizinschränke. Ich hoffe, es ruckelt jetzt nicht zu sehr nebenbei, weil ich, äh, noch die anderen Folgen jetzt rendere, gerade. So, dann gehen wir hier wieder mal wieder nach oben. Bitte funktionieren. Yay! Ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es immer nur direkt ins Herz bekommen. Okay, was haben wir jetzt? Wir haben hier Aufputschmittel. Oh! Ah! Und eine Spritze. Das ist doch immer wieder mitmachen. Ich würde gerne, ähm... Ja. So, sicher ist sicher, dass wir den einfach mit dabei haben. Können wir das hier mit dem... Auf der Spritze steht, nur zur Blutabnahme. Als ob man dafür ein extra Gerät bräuchte. Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen... Okay, wir können also auch keinen... Und den Aufputsch... Können wir da mal... Hm, er schlägt nicht drauf an. Habe ich das Gas etwa falsch dosiert? Ach was, ich weiß schon, was... Ja, genau. Er weiß schon, was er tut. Unser Rufus. So, ach, wir können ja... Mensch, doppelt klicken. Ähm... Genau. Tonis Hütte. Ich hoffe, ich kann ihn schon mal echt einfach verwenden. Gott sei Dank bin ich ein... Ja, das können wir auch schon... Was? Nicht einmal damit? Ist das überhaupt ein richtiger Dietrich? Okay. Gut, ich würde gerne noch mal auf die Liste gucken. Hier auf das Rezept. Jetzt heißt es wieder rumeideln, rumexperimentieren. Aber jetzt, wo wir ja den Dietrich eigentlich nicht mehr brauchen. Oder ich suche das... Der Clown unter den Narkotiklauen. Der Clown. Okay. Wenzel. Er wüsste damit nichts anzufangen. Er weiß ja... Hm. Wenn ich auf der Suche nach Phlegma wäre, könnte ich auch Wenzelblut abnehmen. Ja, aber das haben wir ja gerade schon probiert. Geht's auch nirgends? Ist mir runter irgendwo hinten. Ich hasse es. Zum Glück bin ich mir... Ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es immer nur direkt ins Herz bekommen. Und wenn wir Wenzelblut auf Putschmittel geben. Er wüsste damit nichts anzufangen. Er weiß ja nicht einmal etwas... Kaputt. Schön. Im Keller ging ja jetzt nichts mehr. Für Deponia ist der Vorhang schon lang die Aftershow. Oh, jetzt eilen wir echt wieder rum, ey. Vielleicht hat er ja jetzt noch... Hallo nochmal. Hi, Rufus. Genau. Okay. Bis bald. Rufus. Genau. Lonzo, hast du noch einen Tipp für uns? Was soll ich noch gleich machen? Es steht alles in... Sorg die Sachen und komm wieder zurück. Ich präpariere derweil die Espresso-Maschine. Alles klar. Äh... Wegen des Pulvers. Schieß los. Ich hab schwarzes Pulver. Gut. Es ist aber kein Schwarzpulver, oder? Nein. Ich sag das nur, weil es extrem gefährlich wäre und... Ja, ja. Nein, nein. Schon klar. Es ist einfach nur schwarzes Pulver. Wie im Rezept. Gut. Okay. Ich hab Aufputschmittel. Ah. Hat dir Gizmo was gegeben? Naja, gegeben. Rumstehen lassen. In einem abgeschlossenen Medikamentenschrank rumstehen lassen. Ist doch egal. Ich bin überfragt. Ich habe eine heiße Bohnen. Eine Chili-Bohnen? Sehr clever. Ja, ich bin schon ein Teufelskerl. Zumindest irgendwas aus der Hölle. So viel ist klar. Gut. Ich schaff das schon. Beeil dich. Ich kann es kaum erwarten, die Maschine auszuprobieren. Ähm, okay. Ich geh dann mal. Zutaten besorgen und so. Mach das. Ich warte hier. Hier steht doch aber auch noch eine Espresso-Maschine oder Pfeffi-Maschine oder was ist das? Irgend... Oder vielleicht eine Zapfanlage. Ja, Rimmel. Ähm. Pass auf. Wir schmeißen mal noch das Aufputschmittel. Aufputschmittel. Gut, äh... Die Spritze. Was machen wir mit der Spritze? Alles schon probiert. Das Einzige, was wirklich gegen Toni hilft, ist ihr Beruhigungsmittel. Hä, hä, hä. Hä, hä. Gib mir all dein Blut, willkürlich ausgesuchter Gegenstand. Verdammt. Irgendwo müssen wir also noch Blut herbekommen Wo? Wer sollte uns Blut geben? Und was machen wir mit dem Schild? Vielleicht unser... Oh Scheiße, ich habe nicht doppelt geklickt Vielleicht kann uns ja der gute Doktor helfen Konzentrier dich, Rufus Sie kann dir immer noch bei deinen Experimenten helfen, wenn sie erst einmal wach ist Algismo funktioniert nicht Können wir den jetzt abfackeln, den Karton? Das würde Brandmeister Gismo sicher gefallen Ich behalte die Idee mal im Hinterkopf Da ist ja auch noch was drinne... Das muss nicht umgefüllt werden Oh gut, okay, doch Ich hasse Sprit zum Glück Dieses Schild hat mehr Beachtung für... Ich meine, es ist eine Kuh Und sie trinkt Bier Die Werbung versucht mich mit sublimen Botschaften dazu zu bringen Dies muss... ... Das Einzige... Ja, 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 ja Ich wollt grad mehr Drez clean wieder raus Luftballon, ich würde den einfach mal gerne, ich würde einfach gerne eigentlich immer so einen gefüllten dabei haben. können wir jetzt vielleicht ich kann das ding nicht mehr sehen ich wollte sie nur ausprobieren das ist scheinbar funktionieren hier sämtliche absurditäten ist absurditäten auf dem wort eine brillante idee rufus was könnte einem einsamen stier besser gefallen als ein gut gekühltes glas plöre ok daneben die kuh hauptsache es hat funktioniert und jetzt das blut eines verliebten stieres wäre wohl eher die zutat für ein aphrodisiakum ich will aber espresso machen dafür braucht man das blut eines wütenden stieres ach ja die liebe keiner kann mehr behaupten dass ich davon nichts verstehe vielleicht toro er hat nur noch augen für die kuh niemals mein inventar könnte ab und toni wird pass auf macht dich das etwa wütend tja ein geübter matador wie ich weiß halt wie er das blut eines stieres zum kochen bringt oder was das auch immer für eine flüssigkeit ist die dadurch die schläuche gepumpt wird jetzt ich muss da husten moment entschuldigt so jetzt aber einem zornigen stier blut abzapfen kinderspiel stier blut gut das hätten wir noch weee spritzen mit taurin hohohoho aber wie ist sogar den geht ich denke ich ähm ne korn gott sei dank bin ich ein geschickter schl was nicht ein ist das überhaupt ein richtiger dietrich wenn wir das an der motorhaube wenn man den trick kennt braucht man den hebel in der fahrerkabine gar nicht andererseits wenn man den hebel kennt braucht man auch keine tricks ok roter front tja ein geübter matador wie ich weiß halt wie er das blut dann können wir jetzt aber auch nicht mehr mitnehmen ne gut dann gehen wir mal wieder an den dorfkern und ähm schmeißen mal die spritze mit da rein wenn das geht laut rezept kommen pulver und wasser getrennt in die maschine alles klar gut das blut ich will nochmal aufs rezept gucken woher ist es da im grunde brauchen wir jetzt nur noch die Batteriesäure oder die Batteriebrause und klares Wasser das heißt es hat jetzt irgendwas noch mit Wenzel zu tun hmm